so einen wunderschönen guten morgen mein lieber aus washington drei tage sind wir jetzt hier fertig wie war die zeit bisher geil aber gleichzeitig auch immer ein bisschen bisschen anstrengend in dem sinne man muss sich jetzt mal ein bisschen einfinden gerade mit dem laden wenn es dann mal ein bisschen verrückt ja wenn die verdauung man nicht so mitspielt dann kriegt man schnell mal ein bisschen kopfkino ob sich das ganze wieder nach hinten hin ausgeht wenn die erschöpfung halten auch erst mal am anfang ein bisschen krasser wieder am start ist mit vielleicht zum kleinen jet lag ich glaube wir haben es beide ganz gut vertragen aber so ein bisschen wirkt ja dann noch immer mit nach ob sich das ganze nach hinten hin ausgeht gerade gestern haben wir fest gestellt okay jetzt sind wir so langsam angekommen jetzt wird der hobel langsam voll nimmt die ermüdung ab passt so langsam alles und dementsprechend gut drauf airbnb ist brutal ja umgebung ist brutal das umfeld hier ist brutal ja also freut mich auf jeden fall dass wir finale reise jetzt hier zusammen quasi dennoch durchholzen können und gespannt was es heute gibt freunde hier wurde auf jeden fall auch schon das meal das letzte meal vorbereitet und zwar gibt es hier noch mal eine dicke portion die ich mir hier zubereitet habe in form von 75 gramm cornflakes 75 gramm von karamellwaffeln einer banane blauen sind hier mit drauf 15 gramm way ganze noch mit reissirup getoppt und ein bisschen zimt also auf jeden fall eine gute schüssel normalerweise war das immer per die schüssel heute habe ich sie mir geschnappt und damit gehen wir jetzt erstmal in die erste runde rein hier ist auf jeden fall alles an meinen supplements mit dabei habe auch jetzt schon ein bisschen was drin hier alle health supplements auf jeden fall ganz wichtig am starten hier auch in den dosen noch mal meine verdauungssupplements abgepackt also hier noch mal alles sowas was verdauungsenzyme anbelangt beispielsweise aber auch kurkumin ist da mit drin wir haben hier probiotika wir haben hier über gast dass ich mir auch täglich dreimal in der peak week immer gebe das hilft mir tatsächlich persönlich ganz gut und natürlich halt eben auch hier die proteine mit am start evocraft pump booster der heute mit reingeht evocreatin und vieles mehr und denkt dran es wird auch einen dicken black week rabatt die woche geben mit bis zu 50 prozent rabatt freunde der sonne ich kriege jetzt hier noch die letzte farbschicht beziehungsweise ein bis zwei farbschichten jetzt gerade hier aufgestanden 445 haben an der zahl so gottlose zeit sozusagen aber es bedarf sollte ja der tag wird lang vielleicht für euch noch mal so eine kleine introduction ich werde heute im bodybuilding und in der classic physik starten das heißt ich werde einen doppelstart hinlegen und das ganze ist noch mal unterteilt in eine vorrunde und ein finale also prejudging und die finals prejudging geht los um 8 uhr 8 uhr morgens mit dem profis finale um vier uhr am nachmittag mit den profis dementsprechend in deutschland sechs stunden zeitverschiebung also einmal um 14 uhr einmal um 24 uhr stimmt das ja das kommt hin 22 uhr mal gucken wer hier noch den live stream verfolgen wird ist ganz cool live stream gibt es 25 dollar was ich auch schon mal sehr sehr nice find gestern auch schon mal die bühne gesehen war auch echt gut aber super hell das heißt wir brauchen heute dunkle farbe und dafür wird jetzt gesorgt wir werden wahrscheinlich in der venue selbst keinen anstrich mehr machen deswegen jetzt bevor wir losfahren auf jeden fall noch mal eine dicke draufklatschen gestern gab es schon vier schichten top dann das ist dementsprechend die fünfte und dann werden wir uns das gleiche das gleiche das ganze gleich auch mal mit der form noch anschauen kurz hier bevor es dann in die halle geht weil da müssen wir gucken wie man filmen darf ob man filmen darf und so weiter weil wir jetzt hier 6 uhr acht haben und um 6 uhr 30 schon los wollen meine farbe noch nicht 100 prozent getrocknet ist gibt es jetzt hier das nächste meal im stehen ansonsten mache ich hier auf dem stuhl mit meinem arsch guten abdruck deswegen hier dicke mahlzeit habt ihr eben schon vorgestellt geht ins system ist die größte mahlzeit 200 gramm kaputt nochmal in der früh hoffe das ganze kommt auf jeden fall dementsprechend auch gut an hier morgen beim ersten meal 3 gramm salz eigentlich drin was hat der daniel gemacht drei gramm salz vergessen ja also sehr ekelhaft deswegen muss jetzt gerade mal zwei gramm trocken nachladen jetzt gibt es noch hier monster dazu für überlegt es ist noch relativ früh am morgen deswegen noch ein bisschen früßigkeit jetzt auf jeden fall ganz gut und heute morgen kleinen kaffee gehabt probiert das ganze jetzt mal aus einfach länger vor der stage ist man vielleicht noch nicht ganz so aufgedrückt schwitzt vielleicht nicht so viel und startet auf jeden fall gut in den tag also ist jetzt auch das erste mal dass ich das probiere ich denke das wird aber ganz gut funktionieren normalerweise im alltag klappt das ja auch der ist im minusbereich heute das ist das ist das ist das ist 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 Yes! Back, double bicep. Back, lat spread. Side tricep. Side tricep. Yes, bro! Abdominals and thighs. Your favorite most muscular. Yeah! You like it too. But in comparison... Yes, in comparison... You have to take it out. Except for the breast. What? Except for the breast. You don't have a body. Yes. And the technique is better. You have to take it off. You have to take it off. It's a bit more of a body. You have to take it off. You have to take it off. War aber super unsicher heute. Du? Warum? Weil ich dann in der einzelnen Präsentation einmal irgendwie vergessen wollte ich eigentlich von Front Relax in die Front Double gehen. Auf einmal hat mein Körper mir einfach so suggeriert, so geh mal in die Side Relax. Weil ich so gewohnt war von den Routinen irgendwie. Ich hoffe man hat es nicht ganz so stark gemerkt. Bin dann nochmal zurück rotiert. Jetzt weiter in der Classic. 1.80 and 1.85 switch, please. Ja, Bro! Ja, Bro! Ja, Reset, Reset! Ja, Bro! 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 Ja, was sagen wir, irgendwie nach der Bodybuilding-Klasse, muss ich zugeben, ist so ein bisschen das Feuer rausgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber, also jetzt du, aber man wird mal wieder aufgerufen und irgendwie dauert es halt so eine Stunde und es ist fast unmöglich, einen Punkt zu halten, gefühlt, weil du einfach kein Band mitnehmen darfst, hinten ist es auch nicht so wirklich warm und wenn dann irgendwie 900 Athleten noch vor dir dran sind, dann ist irgendwie so die Eigenpräsentation, dann stehst du nochmal hinten und nur mit Liegestütze, Pump halten, ist halt schon ein bisschen tricky, so, ne, dementsprechend, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesehen hat im Vergleich zum Bodybuilding. Es sah super aus, genau. Okay, immerhin, ja, und den Rest muss man halt schauen, aber es hat echt lange gedauert diesmal, muss ich wirklich sagen, so war ein bisschen kacke. Es sind auch echt große Klassen. Aber zweimal in Center, glaube ich, gestellt, war es Center? Ja, das war Center. War es Center, dementsprechend gehen wir erstmal konfident hier rein und jetzt kann ich bis um 3 Uhr chillen, haben sie gesagt, also bis 3 Uhr habe ich Zeit, dann soll ich nochmal Backstage kommen. Prejudging ist durch, so wie ich es jetzt verstanden habe, war ich zweimal im Center, ich bin mir nie ganz sicher, ob es rechts oder links ist das Center, dementsprechend war es jetzt erstmal für mich so, hm, ich weiß jetzt nicht, aber scheinbar war es ganz gut. Feedback bisher von allen drum und dran war auch sehr, sehr gut, also ja, das passt. Jetzt gibt es erstmal an mir, haben hier Kartoffeln, weniger Spinat heute, ein Ei und auf jeden Fall eine gute Portion an Reis nochmal, muss sagen, fühle mich nicht voll, Fülle geht auf jeden Fall noch einiges, ja, also passt halt auch zum Gewicht heute Morgen mit 76,5, leichter denn je. Also wenn man bedenkt, dass ich jetzt drei Tage geladen habe und ganz depleted und ich war wirklich depleted, mit 74,8 da gestanden bin, ist auf jeden Fall einiges an Ermüdung raus, aber wenn man mal hochrechnet, ne. So, ich war vorher auf 50 Gramm Carbs und alleine jetzt die Menge von 950 Gramm Carbs, 870 Gramm Carbs und 830 Gramm Carbs und das Ganze dann nochmal als Glykogen einspeichert plus in den Carbs nochmal Wasser gespeichert wird, ja, dann sind wir bei 2600, 2700 Gramm Carbs an den Vortagen plus eben eigentlich so 2,5 bis 2,7 Gramm Wasser, das nochmal gebunden wird, das müsste ja eigentlich vom Gewicht her deutlich höher dann sein, ne. Also sprich, da geht irgendwie noch einiges in den Tank rein, ja, und wahrscheinlich ist einiges an Ermüdung auch abgefallen, sodass ich jetzt trotzdem mit einer ziemlich guten Form da stehe. Also bin auf jeden Fall happy, aber wie gesagt, bisschen Fülle geht noch, deswegen jetzt nochmal was reinholen, danach werden die Beine nochmal hochgelegt und dann geht's, ja, in 3-4 Stunden auf jeden Fall weiter in den Finals. So Freunde, jetzt werden nochmal die Beine hochgelegt. Ich wollte gerade nochmal einen Kaffee trinken mit Paddy und Starbucks war übertrieben geil. Einen Kaffee Americano, toll, mit Almond Milk und dazu gab's einen Sugar-Free Hazelnatzi. Also, in dem man die Möglichkeit habt, kann was, ja. Jetzt wird nochmal die Kür durchgegangen, die Kürin durchgegangen und danach Beine hochgelegt, wie ich das gerade auch hier am tun bin. Vielleicht massiert mir Alina sogar nochmal die Beine ein bisschen. Wir sind jetzt doch schon ein bisschen müder als gedacht. Ja, und dann machen wir uns langsam auch wieder ready. Mal gucken, ob die Farbe noch passt. Vielleicht nochmal eine Farbschicht und ja, ich freue mich. Bin eigentlich ready, muss ich sagen. Das letzte Mal on stage. Kannst du's glauben. Das ist Ehre. Gerade auch mit Paddy schon drüber gesprochen. Das war schon eine lange Saison. Wir sind beide auch echt am Limit gefahren, aber ich denke, wenn ihr die Videos seht, die Härte, die wir gebracht haben hier, ist auf jeden Fall auf dem ganzen Wettkampf auch standing gewesen. Also ich glaube, es war keiner so hart wie wir. Und das ist schon mal ein Zeichen, dass wir die Arbeit auch gemacht haben. Also bin sehr, sehr stolz auch auf das Paket, das heute präsentiert wurde, das nochmal besser war als zur Evo und ja, damit kann man auch dann die Saison beenden, egal wie das Ganze ausgeht. Aber wir bleiben konfident, geben nachher nochmal richtig Gas. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Kaffee! 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 Wooo! Kaffee! Kaffee! Starting place, number 177, Charlie Bernard. Second place, number 185, Mark Sample. Wooo! I'm so excited! I'm so excited! I'm so excited! Wooo! Wooo! Prime Minister Kim! Third way! Third way! Third way! ai, third way! Third way! And rise! Komm schon, Flammer! 174. 180, zwischen den Schlafen. Komm schon, Steinmeier, wir haben Sie! Ja! Front, Lads, Flamme. Komm schon, wir sind jetzt! Komm schon, wir sind jetzt! Das ist ja! Back to the bicep. Back to the bicep. How many do you fall for my time? Put a speed! Yes! Back lap spread. Come on! Side tricep. Let's go Daniel! Above nose and thigh. Shoulders! Come on! Side pose! Your favorite most muster. Let's go Daniel! Yes! Let's go Daniel! Let's go Daniel! Number 165, Grant Perry. And in 2024, NBC Worldwide, Ben Wieter. Natural, open bodybuilding overall champion. And new, IFBB Pro, number 180, Daniel Pumich. Yes Patrick! Go boys! Go boys! Go boys! There he is! There he is! Now with my camera, right? That was just your camera. That was mine, yes. Yes! We thought you needed to go to the test. But if you do the classic, you don't have to go to the next stage. Yes! They just let me go again, so to say. I'm just staying backstage here. I can't get out of the backstage. And now let's drink coffee. That's really important. It's so cold, guys. It's so cold in the backstage. If you just sit down the whole time. But yeah. The coffee helps. The coffee helps. The coffee helps now. It's already a bit warmer. And now we're going to go again. And now we're going to go again. In Ordnung, right? But there's no two opinions. Yeah. I hope in the classic, I can put one again on it. That would be great. That would be great. I'm always worried about the two times. But they've already done it. The other has also won the Masters. Yeah. So, I'm definitely going to go in here. Yeah. The form is on the top of the start. That's the main thing. If you say that. I was so ekehhaft at the top of the overall. So, I'm good at the top of the thing. I didn't see the pre-justing in the classic. Just bodybuilding. But I'm good at the top of the thing, to come here today. But we'll see. We'll give you our best. And what do you think as a girl? I don't know what I'm going to say. I don't know what you've done with me today. So, Wahnsinn. The pride in your eyes, I've been able to read you all right now. I'm not too emotional. Not yet. Not yet. It's 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 going back in the last round. And then... I don't know what I'm saying. Yeah. Number 180. Daniel Kubik. Come on, Donny! Yeah! Come on, Daniel! Yeah! Get up! I feel it coming in the air. And the screams from everywhere. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. The only thing that's on my mind. It's going to run this town tonight. It's going to run this town tonight. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. So I keep doing my own thing. Walking tall against the rain. Victory's within the mouth. Almost will give a shout. The only thing that's on my mind. It's going to run this town tonight. Hey! 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 You're a firebox! Woohoo! Next, number one. Third place, number 185, Mark Sample. Second place, number 210, Phillip Adams. Woo! And the winner of our Open Classic Physiqué class is number 180, Daniel Kubek. Kubek! Yes, Kubek! Bis zum nächsten Mal. Nr. 180, Daniel Kubik. Nr. 24, MPC Worldwide and Weiner Natural, Open Classic Physik Champion and new IFBB Pro is Nr. 225, Christian Rickett. Nr. 24, MPC Worldwide and Weiner Natural, Open Classic Physik Champion and Weiner Natural. Nr. 25, Klassensieg und Zweiter im Overall mit einer IFBB Pro Card. Again, also zweifacher IFBB Pro sozusagen heute geworden. Fazit gibt es in einem anderen Video zum Wettkampf. Würde ich ganz gerne nochmal separat ein bisschen drüber sprechen über alle Ereignisse heute. Aber ich muss sagen, ich bin super happy. Ganz ehrlich, also der Fokus heute lag ganz klar auf dem Bodybuilding. Ja, habe ich vorher schon gesagt. Ich glaube, es war so ein Ding, was suchen Sie jetzt mehr an der Classic? Halt eben das Conditioning oder halt eben dieses typische Classic Physik. Latt, Quads. Ja, habe auch schon Feedback bekommen, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war. Also es war nicht eindeutig. Hier noch einmal der Mr. Olympia-Kandidat schlechthin, Paddy. 2.25 Uhr geht's zum Olympia, ne? Also wir haben heute auf jeden Fall wieder marschiert. Gezeigt, dass wir unsere Pakete bringen. Und auch mit einer entsprechenden Präzision und dann auch mit einer guten Möglichkeit. Sollst du in die Kamera gucken? Ja, ja, ja. Hat dich gerichtet. Ja, das stimmt. Das zu wiederholen, dass wir das Handwerk denn doch ganz gut drauf haben, könnte man sagen. Zusammen die Season begonnen in Polen, zusammen die Season beendet in Washington. Würde ich sagen, ziemlich erfolgreich. Ja, und das lassen wir uns jetzt auch dann nochmal genussvoll ausklingen heute, würde ich sagen. Hast du Hunger? Nö, aber Bock habe ich trotzdem auf dem Steak. Ich auch. So meine Freunde, es gibt jetzt hier einen kleinen Vorspeisenteller. Und zwar haben wir hier einmal zwei Chicken Wings geordert. Onion Wings von Boo. Und dazu gibt es noch hier eine kleine Pizza, also wirklich kleine Pizza heute. Und zwar haben wir hier eine Pizza mit Blue-Cheat-Cheddar-Essen oder so. Und Chicken. Aber die ist wirklich sehr smart. Aber ich bin froh auch, weil ansonsten wird wahrscheinlich mein Bauch platzen heute. Lassen wir uns jetzt schmecken und dann gibt es gleich eine Hauptspeise. Biss gibt die Hauptspeise. Und zwar heute ganz konservativ, wie wir es auch schon angekündigt haben. Ein bisschen was an Fleisch, richtig Bock drauf. Spargel, paar Kartoffeln. Ich glaube, die sind auch sogar frittiert, aber das ist egal. Da habe ich echt Bock drauf. Und dazu eine kleine, aber feine Pizza, die ich eben schon gezeigt habe. Lassen wir uns jetzt mal schmecken. Mal gucken, ob es noch ein Dessert gibt. Aber ich bin ehrlich gesagt schon satt nach der Vorspeise. So, hab aber heute auch schon 5000 Kalorien oder so drin. Das war es auch mit der Ben Raider Natural-Freunde. Wir haben jetzt hier den nächsten Tag 7.18 Uhr gestern Abend dann den Abend noch gemütlich ausklingen lassen. So ein bisschen die Sachen ausgeräumt und mal ein bisschen klar auf das Event gekommen. Zwar unglaublich, also schöner hätte man sich das Ganze nicht ausmalen können. Patrick holt die Olympia-Quali hier. Ich schulde mir zwei Pro-Cards direkt im Bodybuilding und auch in der Classic-Physik. Die Tiere gelaufen, war aber wirklich eine Supershow dazu. Aber im nächsten Video nochmal mehr. Also unbedingt das nächste Video auch abchecken. Da gehe ich auch so ein bisschen drauf ein, was jetzt gerade so die Gedankengänge zu dem Wettkampf sind. Und wie alles so gelaufen ist. Jedenfalls, Freunde, die Nacht war kurz. Wir sind gestern, ich glaube 0.30 Uhr, 0.45 Uhr sowas, in die Puppen gegangen. Schlafen gegangen. Und heute Morgen ging es dann um 3.50 Uhr für mich das erste Mal schon wieder aus dem Bett heraus. Verdauung hat sich da gemeldet nach dem kleinen Burger, nach dem Eis, Maufen, Q gestern Abend. Was dann auch so reingeflogen ist. Und jo, da hatte ich gedacht, bleibe ich jetzt wach, gehe ich spazieren, räume ich auf. Was mache ich jetzt? Bin dann eine Dreiviertelstunde am Handy gewesen, habe ein paar eurer Nachrichten beantwortet. Und dann bin ich nochmal zum Glück ins Bett gegangen. Bin nochmal eingeschlafen, konnte dann zumindest nochmal zwei Stunden Schlaf nachholen. Trotzdem kurze Nacht, ermüdet wie Sau, Muskelkater überall. Aber das hat sich gelohnt, das war es wert. Denkt auf jeden Fall an die IWU Sports Fuel Aktion zum Black Friday. Dort wird es einen dicken, dicken Rabatt geben. Bis zu 50% auf die IWU Sports Fuel Produkte sparen mit dem Code KWK. Könnt ihr mich gerne auch supporten. Wenn ihr das Ganze hier feiert, solche Reisen auch unterstützt. Das hilft natürlich dann zumindest etwas nochmal an der Stelle, das Ganze auch ein bisschen zu supporten. Und ansonsten gerne das Video liken, Kanal abonnieren und die Glocke für die Benachrichtigung aktivieren. Denn jetzt sind wir IFBB Pros. Beziehungsweise ich bin IFBB Pro und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie die Reise weitergeht. Super spannend, aber das werdet ihr sehen. Wir hören uns im nächsten Video. Peace out.